Super, ich finde ich auch ein super Gefühl, dass wir das gestern geschafft haben. Wir haben wirklich hart gearbeitet die letzten Monate, haben viele Top-Gegner aus dem Bewerb abgeschmissen und wir sind wirklich irrsinnig stolz, dass wir das geschafft haben. Fika war ein anderes Spiel als Barcelona, eine andere Spielweise. Darauf haben wir uns vorbereitet. Es war trotzdem schwer, da einen Zugang zu finden. Man hat schon auch den Jungs angemerkt, dass es ein Finale ist. Eine gewisse Nervosität war vorhanden, aber dann hat das Team wieder zur alten Stärke zurückgefunden, hat an sich selber geglaubt und es einfach verdient die Just-League-Siege. Wir sind automatisch qualifiziert. Dadurch, dass wir die Just-League gewonnen haben, das ist eine neue Regel. Aber trotzdem ist das Meisterschaftsspiel am Freitag. Liefering spielt heute und am Freitag. Also es geht Schlag auf Schlag weiter. Die Jungs dürfen das gerne genießen, auch ein paar Tage länger. Aber man kann ja auch genießen und arbeiten. Ich habe gesagt, dass ich das entscheidende Tor schieße. Und ich habe daran geglaubt. Ich war mir eigentlich hundertprozentig siegerlich, dass ich schieße. Naja, so ist es passiert. Er hat zwar gesagt, die schießen am 89. Aber das war dann doch früher.